Ab jetzt wird es deutlich gefährlicher werden, stimmt's? Aber wir können nicht einfach weglaufen. Egal was Bowser uns in den Weg schleudert, wir werden es meistern. Halten wir ihn auf, ein für allemal. Bis zum nächsten Spiel. So, ich nehme jetzt direkt im Anschluss die nächste Folge auf, deswegen glaube ich nicht, dass ich mich da jetzt im Folge verabschiedet habe. Falls nicht, tut es mir leid, aber ich bin heute im Torpedoku gebliesen, in der Anflugklaude. Du kannst auf Torpedoku gebildet stehen, aber achte auf deinen Termin, wenn du springen. Yo. Nein, nein, nein. Okay, das wird schwierig. Oh, sieh ich doch noch. Oh ja! Wow, oochie! Ja, ich will die Münzen einsammeln. Hallo. Geh ich mit den Münzen? Dankeschön. Oh Mist. Ich komm da schon mal drauf rein. Andererseits, was ist, wenn da rechts noch was ist? Putsch. Aber zumindest weiß ich, dass rechts dort noch was ist. Wir haben eh genug Leben. Und trotzdem brauch ich die... Oh! Ich hab... Im Glück hab ich die schon eingesammelt. Das kann da her. Und da ich die Münze schon eingesammelt habe. Gehen wir einfach hier weiter. Oh Mist. Oh, das ist fies. Das ist fies. Nein. Level. Ich hab noch 86 Versuche. Also... Ah ja. Ich hab die letzte Blume. Ich hab die letzte Blume. Das ist gut. Ähm. Okay. Nimm ich mal mit. Oh Gottchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Warum gehe ich hier so viele Items? Das war ja richtig easy. It's Wainable Magish. Na, wie hat euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen? Und das war nur der Anfang. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln. Ihr werdet gerade so schockiert sein. Aber genug der Vorrede. Macht euch bereit für ein waches Blitzlichtgewitter. Hier kommt das Wunkeln im Dunkeln. Oh boy. Oh my God. Ja, Mist. Oh, ich hoffe, da oben war nichts. Ah, da oben ist es. Nee. Klasse, wie komme ich da hoch? Wenn ich mich wohl einmal sterben lasse. Oder neu starten. Dann dürfte ich ja mein Item ja eigentlich noch behalten. Genau. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Ja. 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 I'm not sure Backpoint Nice, so, warte mal. Ich weiß nicht, ob es da weiter geht, deswegen nicht erstmal hier weiter. Ich müsste erst ein Checkpoint. Ich bin ein Kumpel. Ich meine, ich habe sogar alles, ne? Nice. Ich meine, ich meine, ich habe alles, ne? Ich meine, ich habe alles, ne? Oh boy, das kann was werden. Ich meine, ich habe alles, ne? Ich habe alles, ne? Ich meine, ich habe alles, ne? Ich meine, ich habe alles, ne? Ich habe alles, ne? Ich meine, 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 ich habe alles, ne? Das ist nicht so gut. Doch, da kommt doch was. Oh Mensch. Ich bleib jetzt einfach hier. Oh, ich bin ein Schiff. Oh? Ich bin ein Schiff. Oh, ich bin ein Schiff. Ich benutze viel mehr. Hey, das Buch hat den geral. Okay. 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 Alright. Okay, das ist ja mal praktisch. Wie lebt's? Scheiße. Okay, das Level mochte ich. Ich bin schon etwas beeindruckt, dass ihr es bisher geschafft habt. Beeindruckt und froh, denn meine Show-Highlights kommen jetzt Schlag auf Schlag. Das meine ich ganz wörtlich. Macht euch bereit für die umwerfendste Show, die jemals erdacht wurde. Endlich, es ist eine Zeit für das Festival der Fäuste. Oh boy. Gut, aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Bros. Wanda. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.